Zu dem Thema der Flüchtlingsindustrie. Sie haben das sicherlich rauf und runter gehört im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen. Denn die Flüchtlinge, die immer wieder ertrinken und so weiter, die immer wieder sterben, aufgrund dieser miesen Schleuse. Und jetzt haben wir einen gravierenden Fall gehabt und sofort stürzt sich die Politik darauf und sagt, wir brauchen jetzt militärische Aktionen dort. Und wir formalisieren dieses Business, beziehungsweise wir formalisieren diese Vorgehensweise. Eine Story auf recenter.com, die gesamte Verwertungskette der Flüchtlingsindustrie enthüllt. Also es geht nicht nur um die Schleuse, auch wenn da jetzt die ganze Aufmerksamkeit darauf verwendet wird. Es geht jetzt auch nicht nur um, sag ich mal, die europäischen Nationen, die europäischen Regierungen, die da Kriege anschüren in Syrien und so weiter, damit dann Flüchtlinge kommen. Da gibt es noch wesentlich mehr Profiteure. Und es ist eine gesamte Verwertungskette. Also, Staatschefs, andere mächtige Funktionäre aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge kassieren indirekt. Sie bekommen Gelder aus Europa und Gelder von internationalen Organisationen, wenn sie eine Politik betreiben, die Unterdrückung und Armut erzeugt. Ein Klima, aus dem Bürger flüchten wollen. Also wenn wir uns das angucken, in Nordafrika, dann stellen wir, oder generell aus diesem ganzen Umfeld hier, wo die Flüchtlinge kommen, dann stellen wir fest, dass diese Regierungen sind angewiesen auf Militärhilfen aus dem Westen, diverse andere Gelder und so weiter aus staatlichen oder auch aus privaten Gruppen. Und dann gibt es dann diese Deals. Also, Diktator 0815, schlag mich tot, akzeptiert dann quasi die Zahlungen, die da kommen. Und im Gegensatz dazu muss er dann die Politik umsetzen, die ihm da aufaktoriert wird. Er weiß dann, dass er sich die Taschen vollstofft, wenn es ein quasi pseudodemokratisches System ist und dann kann er dann nach ein, zwei Amtszeiten einfach sich verdünnisieren und aus der Politik zurückziehen. Und die Leute vergessen denjenigen dann relativ schnell nach dem ganzen Reibach. Oder wenn es so ein richtiger, richtiger Diktator ist, dann wird er natürlich dann ein, zwei, drei Generationen richtig fett leben und dann wird das Ganze auch wieder ausgetauscht. Und das Spielchen beginnt von neuem. Und dann gibt es dann auch versteckte Schmiergelder und Bestechungen, diverse Strukturdeals und Großgeschäfte, wo dann die jeweiligen Staatschefs oder Diktatoren in Nordafrika oder irgendwo anders in der Peripherie Europas, dass die dann zu günstig Dinge verkaufen an internationale Größen und so weiter. Und bevor sie jemand zur Rechenschaft ziehen kann, sind sie auch schon wieder aus dem Schneider. Also da wird als erstes kassiert und das erzeugt dann das Klima, aus dem die Bürger flüchten wollen. Dann Firmen kassieren, wenn es Krieg gibt in Syrien und Somalia, vor den Menschen flehen. Also auch da natürlich wird prächtig daran verdient. Dann natürlich die Schleuser und Schlepper kassieren für den Transport. Und oft zusätzlich noch für Dienstleistungen, wie das Schaffen einer falschen Legende. Also kann der Flüchtlinge sich das Standardpaket leisten, dann kriegt er halt bloß den Transport. Und meist auch einen schlechten Transport. Es gibt dann auch das Luxuspaket, wer die entsprechende Kohle hat, der kann dann quasi eingeflogen werden nach Europa über ein, zwei Zwischenstops. Und der Rest wird dann auch besorgt. Also eine falsche Legende wird gestrickt, dass derjenige dann angeblich politisch verfolgt ist. Die Schleuser-Mafia kann dann einfach diverse Zeitungsredakteure schmieren, dass die dann irgendwo so ein Foto oder Namen in die Zeitung reinbringen im Zusammenhang mit politisch Verfolgten und so weiter. Und dann kann man das hier in Europa den Behörden zeigen und sagen, ich bin verfolgt, ich habe ein Recht auf Asyl. Also das Luxuspaket, man steigt dann einfach ins Flugzeug, auch mit seiner Familie und wird dann rübergeflogen, fertig, aus. Dann ist das absolute Paket für Reiche. Da kann man dann quasi sich natürlich dann die Staatsbürgerschaft einfach irgendwo kaufen. Allerdings für die meisten Leute ist das dann eher so das Einsteiger-Paket oder das Medium-Paket oder das Medium-Plus-Paket. Da reden wir von den klassischen Flüchtlingen, die dann wirklich alles Mögliche verkaufen, das sie haben. Geld irgendwo sammeln, dann ein paar tausend Dollar zahlen für einen schlechten Platz auf einem schlechten Schiff. Diese Extra-Pakete mit falscher Legende, damit man auch als Flüchtling anerkannt wird und dort bleiben darf in Europa, das kostet dann schon ein bisschen mehr. Wenn man Pech hat, wird man von dieser Schleuser-Mafia auch nach dem erfolgreichen Übersiedeln und nachdem man einen neuen Pass bekommt und nachdem man eingebürgert wurde, beziehungsweise Asylstatus bekommt, wird man immer noch von dieser Mafia belangt und für Schulden belangt, weil man ja noch mehr zahlen muss, als man vorher zahlen konnte. Also haben wir zum Beispiel ein Schiff mit 360 Flüchtlingen, das vor einer Weile auch, glaube ich, geschnappt wurde. 360 Flüchtlinge, von denen jeder im Schnitt 6.000 Dollar bezahlen muss. Er gibt über 2 Millionen Dollar Umsatz. Dann, die Auffanglager verdienen teilweise auch sehr stark an der Verwaltung der Flüchtlinge, ohne groß irgendwelche Standards einhalten zu müssen. Dann, wer verdient noch? Europäische Politiker können Steuergelder kassieren, um sich um das Flüchtlingsproblem zu kümmern. Und Firmen und Militärs verdienen daran, Europa zu einer Festung zu machen. Außerdem Politiker und andere Staatsbedienstete können auf Steuerzahlerkosten leben, indem sie Flüchtlinge als politisches Kapital missbrauchen. Und schließlich Banken und Konzerne haben Vorteile. Vorteile, die sich auch monetisieren lassen, wenn die Herkunftsländer und Zielländer der Flüchtlinge destabilisiert werden. Also, die Leute, die flüchten, sind meistens diejenigen, die noch Initiative zeigen, die Mut haben, die auch häufig Skills haben oder einfach risikobereiter sind. Diese Leute fehlen dann in der Heimat. Das heißt, die Heimat wird destabilisiert, wenn viele, vor allem fähige Leute, hemmseimerige Leute weggehen. Und natürlich wird Europa destabilisiert, wenn dort sehr viele Flüchtlinge kommen, die dann, ja, dort nicht wirklich integriert sind, die Sprache nicht sprechen und so weiter. Auch das lässt sich monetisieren, wenn man weiß, wie. Berichterstattung in den Medien konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf die Schleuser-Mafia. Also einen Aspekt, eine Gruppe von Verdienern. Ohne dabei die ganzen anderen Profiteure zu erwähnen. Und jetzt, nach einigen heftigen Katastrophen mit Flüchtlingsbooten, wird die Idee in der Politik diskutiert, in Nordafrika Flüchtlingslager selber zu betreiben. Also die Idee ist, wer sich dort hindurch schlägt, wird verwaltet, gegebenenfalls in irgendein EU-Land gebracht, das wird dann aufgeschlüsselt. Man würde damit einfach die Schleuser, die illegalen Schleuser, aus diesem Riesengeschäft ausschließen. Man würde quasi einen wichtigen Teil dieses Business legalisieren. Und diese neuen Profiteure übernehmen dann ein legales, sicheres Geschäft. Hm, was wird es denn kosten, einen Flüchtling in Nordafrika offiziell zu verwalten und dann die Geschichte zu untersuchen und dann nach Europa zu transportieren und so weiter. Das kostet bestimmt mehr als 6.000 Dollar pro Nase, die dann irgendwo in den Steuerzahlern aus dem Portemonnaie gezogen werden. Das heißt, man nimmt nicht nur den illegalen Schleuser und das Business weg, sondern man verdient gleichzeitig noch viel, viel mehr dran. Und dann haben wir dann, ja, keine Ahnung, vielleicht 15.000, 20.000, 30.000 Dollar pro Nase, die da verwendet werden und wenn dann entsprechend viele Flüchtlinge zusammenkommen, wird da ein Vermögen gemacht, meine Damen und Herren. Soviel erstmal zu dieser Flüchtlingsdebatte. Kommen wir zur Strategie. Die Strategie für Deutschland. Anhand eines aktuellen Beispiels ist nämlich die Partei AfD die Alternative für Deutschland.